Bei uns im Affenhaus ist gerade einiges los, so auch bei unseren Totenkopfaffen. Wir freuen uns gerade über drei Jungtiere. Zwei Jungtiere sind im Oktober bzw. im November auf die Welt gekommen und ein Jungtier ist Anfang Jänner auf die Welt gekommen. Das Besondere bei dieser Situation ist, dass wir unlängst eine Zuchtgruppe aus Marvell bekommen haben. Die hat uns der Zuchtbuchführer zugewiesen und zwei Tiere kamen da eben mit zwei Jungtieren, die im November und im Oktober auf die Welt gekommen sind. Das eine Tier kam trächtig zu uns und das hat Anfang Jänner bei uns geboren. Wir freuen uns sehr über die Jungtiere, weil das die ersten erfolgreichen Aufzuchten nach über zehn Jahren wieder sind. Es ist auch ganz besonders nett, den Jungtieren zuzuschauen. Sie sind sehr agil, schon. Gerade die zwei Älteren klettern viel eigenständig herum, lernen die Anlage kennen, sind sehr sehr neugierig und halten die Gruppe auch ordentlich auf Trab. Im Vergleich jetzt zu dem, was vor wenigen Tagen auf die Welt gekommen ist, das hängt eigentlich aktuell nur am Rücken der Mutter. Die hängen ja immer gleich nach der Geburt am Rücken der Mutter und nur wenn sie gesäugt werden, hängen sie am Bauch. Wir im Tiergarten Schönbrunn halten die gewöhnlichen Totenkopfaffen. Die kommen im nördlichen Amazonasgebiet im Regenwald vor. Das Spannende bei den Tieren, bei Totenkopfaffen allgemein, ist, dass sie im Verhältnis zum Körpervolumen das größte Gehirnvolumen in der Primatenwelt haben. Und das bemerkt man auch bei den Tieren, weil sie sind sehr sehr neugierig, sehr intelligent. Vor allem, wenn man ein neues Enrichment oder irgendetwas ausprobiert, sind sie sofort dran, sind sie sehr sehr geschickt bei der Sache und es ist immer wieder spannend, sie da zu fordern und zu beschäftigen. Ein bisschen mehr. Eher Teufel Brems Absolut Brems